Willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu einem neuen Q&A. Wie ich euch versprochen hatte, wollte ich das halt immer einmal im Monat machen und heute ist es wieder soweit. Ich hoffe echt, man merkt mir meine Mühligkeit nicht an, denn in letzter Zeit schlafe ich sehr, sehr wenig. Ich sehe die erste Frage schon und da fragt jemand, ob ich mal jemanden betrogen habe. Wenn ich schon so lange brauche, kann ich auch direkt raushauen, oder? Also ja, theoretisch schon. Ich habe nicht mit jemandem geschlafen, sondern ich habe, während ich in einer Beziehung war, jemand anderen geküsst. Das ist auf jeden Fall vorgefallen und ich muss weggucken, weil ich einfach nicht in die Kamera gucken kann. Ich habe danach aber Schluss gemacht. Hätte ich vorher machen sollen, ja, aber meine Güte, ich glaube dazu muss ich nicht so viel sagen, dass das falsch ist. Weiß ich, okay? Was denkst du über das Fifty Shades of Grey Look? Wobei das meiner Meinung nach da erst so ein bisschen harmlos dargestellt worden ist. Was ich persönlich davon halte, ich finde das halt voll in Ordnung, wenn das untereinander so abgesprochen worden ist. Ich denke, so ein bisschen ist in Ordnung, aber ich habe zum Beispiel auch mal Filme für Erwachsene gesehen, wo das wirklich extrem ist. Also extrem, extrem. Also für mich wäre das absolut nichts, was ich da schon gesehen habe. Das grenzt da schon wirklich an fair, Punkt, Punkt, Punkt. Hier fragt derselbe, was denkst du über Dom und Domina? Keine Ahnung, was ich dazu denken soll. Also wie gesagt, wenn beide damit einverstanden sind, sollen sie ruhig machen. Wenn man mich persönlich fragen würde, worin ich mich eher gut machen würde, dann definitiv als Domina. Ich glaube, der fragt, weil er gerne um ein Sklave sein will. Ich habe so eine Vorahnung. Wenn du um ein Sklave sein willst, glaubt mir, dann musst du mich richtig gut bezahlen. Wann fliegt ihr? Das werdet ihr jetzt, bald auf jeden Fall sehen. Bald hört sich so weit weg an, aber ist es nicht. Werdet ihr sehen. Denn auf dem Kanal The Couple Mix geht es dann wieder richtig los. Endlich. Die ganze Zeit war es voll schwierig. Man kann ja im Lockdown fast gar nichts machen. Was soll man denn machen? Jeden Tag das gleiche Film. Hier fragt jemand, beschnitten oder unbeschnitten? Was sind das? Leute, was ist los? Was ist passiert? Mir ist aufgefallen, dass ich mehr männliche Zuschauer habe, auf Instagram bekommen habe. Vorher waren es immer so um die 10%. Mittlerweile habe ich 40% männliche Zuschauer, was echt ein Zuwachs ist. Freue ich mich auch. Also wahrscheinlich ist die Frage, was ich präferiere. Man kann mit beidem arbeiten, denke ich. Wann kommt ein Q&A von dir und Darlene? Das werden wir planen. Nämlich, wenn wir dort sind, in der Dominikanischen Umgebung. Hier ist eine Frage. Wie wusstet ihr, dass ihr bereit für ein Kind wart? Und um ehrlich zu sein, ich habe immer gedacht, dass ich auf jeden Fall mit 22, 23 dachte, ich wäre safe bereit für ein Kind. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, seitdem ich ein Kind habe, dass du das niemals anhand eines Alters festmachen kannst, wann man sich bereit fühlt. Es kommt auf den Menschen an. Es kommt auf dich persönlich an, wie hoch deine Belastungsgrenze ist und so weiter. Selbst wenn ich 30 gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall nicht bereit gewesen für ein Kind. Es ist immer eine Sache, wenn dir gesagt wird, das ist so viel Verantwortung und so weiter und so fort. Das hörst du immer. Und das ist dir klar, es ist viel Verantwortung. Das war mir auch klar. Aber du kannst es nur nachempfinden, versuchen nachzuempfinden, aber du kannst es nicht richtig fühlen, wenn du nie dein eigenes Kind gehabt hattest. Ich bin der Meinung, wenn es vielleicht Leute gibt, die sagen, ja okay, ich warte, bis der perfekte Moment kommt, dass ich ein Kind bekomme, da denke ich mir, du wächst mit deinen Aufgaben. Also wenn dein Kind dann da ist, dann wächst du halt einfach in die Aufgabe hinein. Ich fand das erste Jahr am schwierigsten. Und mittlerweile ist es voll entspannt geworden. In welcher Religion wird Nael aufwachsen? Also es ist so, dass er sich das selber aussuchen kann später. Weder Derlin noch ich werden ihn dazu drängen, wobei Derlin halt schon religiös ist, im Gegensatz zu mir. Ich denke schon, dass er versucht, da ihm ein bisschen vielleicht mitzugeben, aber ich habe da ehrlich gesagt auch nichts gegen mich, stört das überhaupt nicht. Das ist ja halt immer so, dass man als Elternteil, woran man glaubt, das gerne auch den eigenen Kindern mitgeben möchte und das ist auch in Ordnung. In welcher Region in der Dormrep werdet ihr sein? In Punta Cana und in Santo Domingo? Sprichst du Spanisch, wenn nicht, wie kommunizierst du mit Derlins Familie? Ich spreche tatsächlich leider nicht fließend Spanisch und das ist wirklich, ich kann nur sagen, shame on me. Derlin und ich kennen uns jetzt seit vier Jahren, seit drei Jahren, glaube ich, sind wir verheiratet, oh Gott. Seit 2018 sind Derlin und ich verheiratet. Wenn ich mit der Derlins Familie spreche, dann sind das so normale Dinge, hallo, wie geht's dir, was machst du und sowas halt. Ja, ich muss echt anfangen, Spanisch zu lernen, das weiß ich auch, das ist wirklich, ich komme da nicht drum herum, es ist sonst total doof, das merkt man auch. Ich weiß, die letzten Male immer, wenn ich so mit Derlins Familie zusammengesessen habe, da bist du halt einfach nur still, hörst den Gesprächen zu, kannst dich gar nicht mit einbringen, das ist voll doof. Und ich muss das unbedingt angehen. Wie geht's deinem Auto? Dem geht's leider nicht so gut. Da ist ein Gutachter gekommen, äh, gestern, der hat sich das Auto angeguckt und jetzt, ähm, wird er da den Schaden feststellen, wie hoch der ist. Wahrscheinlich beläuft er sich so auf 4.000 bis 6.000 Euro, mal gucken. Ja, dann muss ich den halt in die Werkstatt fahren und so weiter, er muss repariert werden, da müssen zwei Türen komplett erneuert werden, die Kratzer müssen, ähm, vorne und hinten weggemacht werden, lackiert werden. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Ich glaube, ich wäre eine Schildkröte, weil die sich von nichts außer Ruhe bringen lassen, sieht für mich zumindest so aus. Äh, kennst du Sashka privat? Mh, nein, also privat haben wir uns nicht kennengelernt, ähm, wir haben uns unter anderen Umständen kennengelernt. Welche Sprachen beherrschst du? Ich beherrsche nur Deutsch und Englisch, ansonsten keine, also die ich fließend spreche. Wie findest du den Lockdown? Ich find den richtig super, ich find, es kann noch auf jeden Fall zwei Jahre so weitergehen, ich liebe es. Wird zwar älter, aber die Zeit bleibt stehen, das ist so, äh, liebe ich. Ah, was unternimmst du jetzt zur Zeit wegen dem Lockdown mit deinem Kind? Findest du zur Zeit sehr schwer? Da hast du auch recht und zudem kommt auch noch das Wetter dazu, man kann einfach nichts machen. Ich würde voll gerne mit Nael in so einen, ähm, Indoor-Spielplatz gehen, also, wo, ich weiß nicht, wie man das nennt, Krampolin und Bällebad und wo alles in einem ist und wo tausend Kinder miteinander spielen. Ähm, sowas würde ich voll gerne machen. Ich würde voll gerne mit ihm schwimmen gehen, aber das geht alles nicht und es ist halt schon nervig. Draußen ist das Wetter einfach zu kalt. Wir gehen halt auf den Spielplatz und das war's dann. Ich sag euch ehrlich, ich find langsam reicht's echt mit dem Lockdown. Es geht mir so auf den Sack. Äh, kein Wunder, dass sich das so schnell ausbreitet. Genauso hatten wir einen Fall, ähm, wo man uns nicht testen lassen wollte, weil wir wirklich, weil jemand, ähm, Nael's Kinder bei der Tagesmutter getestet worden ist, also die Eltern wurden positiv getestet, ähm, von einem anderen Kind. Und das Kind kann halt der Träger sein, genauso wie Nael. Und dann könnten wir angesteckt sein und so weiter und so fort. Und man wollte uns nicht testen, weil wir halt keine Kontaktpersonen eins sind. Das ist so nervig einfach. Es ist so nervig gemacht, das wundert mich überhaupt nicht, dass sich das so schnell ausbreitet. Daher bin ich einfach der Meinung, ganz ehrlich, man muss jetzt anfangen damit zu leben. Fertig. Wie lange wollen wir noch im Lockdown leben? Würdest du gerne mal zu deinen Wurzeln in den Iran reisen? Ähm, ich hab sehr oft darüber nachgedacht und wollte ich eigentlich auch gerne, aber ich hab ehrlich gesagt immer Angst, dass, keine Ahnung, irgendwas ist. Man mir dort den Pass abnimmt, Gott weiß. Man hört so Horrorgeschichten. Ich würde total gerne wieder nach Marokko fliegen. Hast du PMS und wie äußern sie sich bei dir? Ich habe immer PMS. Immer zwei Wochen oder eine Woche vor, bevor es wirklich anfängt. Dann geht's bei mir immer los. Ich bin sehr oft sehr gereizt, aggressiv. Mal bin ich total kuschelbedürftig und ich esse enorm viel. Wirklich enorm viel Leute. Und Kopfschmerzen nicht zu vergessen. Benutzt du Gießkanne, um deinen Hintern sauber zu machen? Früher habe ich es benutzt. Tatsächlich, das ist halt normal. Normal. Ähm, wenn man in einem marokkanischen Haushalt aufwächst, das habe ich tatsächlich immer benutzt. Irgendwann machst du es dann halt auch anders. Es gibt andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, du kannst dich kurz unter die Dusche stellen oder benutzt Feuchttücher. Je nachdem, wo du gerade bist. Denn nicht überall gibt es eine Gießkanne. Shirin, sei ehrlich, hattest du mal einen Dreier? Also Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Nein, hatte ich nicht. Mich käme das im Moment einfach nicht in Frage. Keine Ahnung, mir reicht das so. Ist in Ordnung. Ähm, ich denke aber, vielleicht irgendwann, ich weiß ja nicht, wie ich in, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren denke. Vielleicht denke ich dann doch anders. Vielleicht habe ich dann Bock, auf einmal in den Swinger-Club zu gehen. Gott weiß. Hier fragt jemand, hattest du mal einen schwarzen Kuss? Was ist das denn? Einen schwarzen Kuss. Was ist ein schwarzer Kuss? Bedeutung. Also du meinst, dass ich von jemandem die Rosette geküsst habe? Das nennt man einen schwarzen Kuss? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Krass, da habe ich jetzt etwas Neues gelernt. Vielen Dank. Ich würde sagen, das war es an der Stelle. Es gibt noch ein paar mehr, die ein bisschen krass sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao. 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 Vielen Dank.